Musik Als kleine Anekdote, das Außendesign kommt von der Schöne. Die Maschine mit Helionics Cockpit hat eine automatische Spielbeflugfunktion. Wir sehen es jetzt. Der Autopilot kontrolliert die Position. Und das gibt den Piloten die Möglichkeit zu rücken. Und das gibt den Piloten die Möglichkeit zu rücken. Und das gibt den Piloten die Möglichkeit zu rücken. Nun. Musik 145M und dahinter natürlich ein Tiger. Am Steuer des Tigers sitzt mein Chef, der Chef des Pilots von Gerbau, zusammen mit dem Flugversuch in Schulz, der hier verantwortlich ist für die Entwicklung des Tigers. Schmale Silhouette, Farbe, die Radarstrahlen observiert, ein Mast kommt oben auf dem Motor. Das sind die Merkmale des deutschen Tigers. Wofür ist das Mastmoment? Das Mastmoment oder Mastvisier gibt in dieser Version der deutschen Gesuchung, in dem alles auf der Luft die Möglichkeit sich hinter Bäumen, hinter Hügel, hinter Gebäuden zu verstecken, vor Feindlichbeschuss geschützt und trotzdem effektiv seine Sensoren und seine Waffen einsetzen zu können. Mastmusik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020